Ein neuer Tag beginnt, Bre! Das ist der erste Video von heute glaub ich... Ja, oder? Was machen wir, was haben wir vor? Heute wird... Was jetzt? Bruder, gestern war geisteskrank, ey, ja? Ja, ja? Gestern haben wir alles gek***t... Gestern in Zürich hops genommen heute. Heute ist Basel trai morgen. Denkst du, heute in Basel ist genau so viel wie gestern in Zürich Bruder? Die Hälfte würde schon reichen, Brie. Ja, das wird. Ich hab ein gutes Gefühl. Gestern war ich so ein bisschen verzweifelt. Am Anfang meinst du? Ja. Das ist zu wenige werden, Bruder. Nee, das Problem ist, dass ich genau den Standort brauche, wo wir drehen. Ach so, wegen der Ankündigung und so. Genau, und ich hab ja dann genau gezeigt, wo ich bin. Dann hast du ja gesehen, was passiert. Brie, wir gehen jetzt erst mal fürs Frühstücken mit dir fertig. So lange machen sich die ganzen anderen fertig. Dann warten wir ab, bis sie alle ready sind. Und dann packen die ein, gehen mit denen auch noch schnell was essen. Und dann geht's ab nach Basel. Weißt du, was ich richtig lustig finde? Was? Wenn du die Leute fragst, wie viele Seiten. Und wenn man zu dritt ist, sagen die drü. Echt? Aber wir sind früh. Weißt du, was die zu Dings sagen, Bruder? Äh, zu den Wochentagen, die hängen einfach ein Lied dran. Sonntäglied und sowas. Sonntäglied? Ja. Mittwochli. Oder Sonti. Sonti oder Sontagli oder so sagen. Das ist der Sonntag, Digga. Jetzt fragt mich nicht, der macht zu, Alter. Komm, wir fragen. Bro. Haben die Karte eben nicht offen gehabt? Ja, doch. Ich zeigte. Habt ihr Mittagpause? Ja, wir machen erst um 24.30 Uhr. Ah, erst um 5 wieder. Okay, dankeschön. Hast du gesehen, was man hier zahlen kann? Mit Bitcoin. Bruder, hey. Dürrüm. Die Entscheidung ist jetzt doch leichter gefallen als gedacht, Digga. Dürrüm, Sürrüm, Horschke Dürrüm. Scheiß doch, Digga. Dann gehen wir Dürrüm essen. Der war stabil aber, Bruder. Ja, der ist schon lecker. Ja, ist schon gut gewesen. Wir gehen Dürrüm essen bis gleich. Nomad. Oh, Bruder. Wir machen gleich Foodporn. Wie? Mangiare. Alhamdulillah. Maschine, Bruder. Das war der Brexit. Sürich und andere. Grazie. Bruder, nicht mal 5 Minuten essen kann man mit dir. Nicht mal 5 Minuten essen kann man mit dir. Süß. Haben wir eine Adresse, Bruder, von Basel? Ja. Wohin gehen wir? Basel, Rhein. Basel? Rhein. 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 Ich würde sagen, Kasem steigt bei dir ein. Sehr schön, Pops. Jetzt auf dem Weg nach Basel. Basel wird rrrrrrrrasiert. Und Hasen hab ich es auch am Start, Digga. Hasen! Rhein. 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 Bruder, das wird einfach behindert, Digga. Das wird heute richtiger Next Level Shit. Shit, Bruder. Next Level Shit. Ey, warum haben wir nicht einfach so ein Halsband und dann da die Leine dran? Das passt nicht, Digga. Hat er zu dünnen Hals. Mhm. Oder am Körper. Da gibt's kein Geschirr. Nee, nicht Geschirr. Rund. Am Körper? Ja. Das geht. Aber am Körper geht auch nicht, Bruder. Weil der hat nur Füße. Der hat keine Hände. Weißt du, was das ist? Du weißt, dass es ist Haftes. Kleine, trafbar S***. Welche Auto? Ja, sie hat gefunden Eis. Wo kommst du? Hier. Wasser. Schau doch an, halt deine Fresse. Basel wird geisteskrankasiert, Digga. Freust du dich, Bruder? Auf jeden Fall. Gib mal ein Küsschen. Warte, gib mal ein richtiges. Das ist ein schöner Schmatzer, Bruder. So, so. Normal. Äh, Jungs, was geht? Wir sind in Basel. Wir haben ein riesen Problem. Fatih hat gerade angerufen. Und der hat gesagt, da war an dieser Mittelrheinbrücke oder sowas. Und da waren 300 Leute und die sind einfach alle aufs Auto gestirbt. Der hat gesagt, wir mussten einfach abhauen. Wir hatten keine Chance auszusteigen oder irgendwie mit denen zu reden. Jetzt gehen wir kurz an dieser Brücke vorbei. Ich hoffe, wir haben einen richtigen Standort. Wir gehen ja kurz vorbei und checken die Lage ab, was da abging. Wir werden vielleicht versuchen mit der Menge zu reden. Zu sagen, hey, ihr müsst euch ein bisschen beherrschen. Ein bisschen langsam, weil sonst können wir nicht drehen. Wir werden versuchen mit den Leuten zu reden. Und dann werden wir sehen, was passiert, Digga. Kasim, hast du geerwartet, dass es so krank wird, Bruder? Aber in der Ruhe, die Schweiz ist krank, Digga. Wir haben gedacht, Frankfurt ist Asien, weil die Schweizer sind schlimmer, Digga. Ich habe echt nicht gedacht, dass Basel schlimmer wird, als Zürich gestern. Wie viele Leute waren gestern in Zürich? 40, 40. Waren es 100? 100? Was ist mehr? Mal. Wallah. Ich habe es 100 geschätzt, Digga. Aber es ist auch schwer, weil in der Mitte waren 60, 70 Leute. Dann standen da 10, da stand 5, da standen 3. So weißt du. Und um uns so sehr, sehr viel verteilt. Wenn man alle zusammenzählt, bestimmt mehr, Digga. Aber allein so was in der Mitte beim Videodreh zum Beispiel waren, waren bestimmt so 100 oder sowas. Am Anfang waren 100. Aber Ende war... Oh, wie viele Leute in der Tiefgarage und so waren, Digga. Guys, jetzt kannst du deine heftige Vlogs, deine heftige Tinder-Videos. Und du musst dir eins belegen, Bruder, das ist ja erst der Anfang. In den nächsten Wochen kommt noch ein richtig heftiger Schritt, Digga. Geiß jetzt gerade, Juxel. Ein. Ja? Ja? Ja, erst mal reingehen, ne? Wieder im Schrein auf dem Strass. Hey, what's geht? Wir sind da. Ich kenne dich gut. Aber was geht, Leute? Seid ihr getauft oder was? Wir sind hier abgebildet. Kein Frankfurt, Manfurt. Glaub mir. Glaub mir. Shah Rukan, AK, Baba. Nomad. Nomad? Hallo? Komm, mit Schlappen. Also, ey, diese Huhn kannst du ein Auto gucken. Boah, was wir noch dabei haben. Also, als Gast mit Seine. Der macht auch mit, ja. Nimmst du den Hühnern? Hä? Ja, wir machen Tinder mit Hühnern. Hey, was geht? Hallo? Ganz perfekt. Bruder, wir nehmen den so mit. Dann tun wir den irgendwo auf Lisa raus. Auf Lisa raus. So, Brice. Wie es aussieht, bist du geisteskrankt oder was war? Ewa zu per best. Das werden wir auch alles einblenden. Abschließend gesagt. Fünfer zu per best. Geisteskranktiger. Und Hassan Abi ist auch am Start. Hassan, wie geht's dir? Herr und Lisa. Lisa, es ist ja nur Hassan nicht da. Und wo ist die andere? Lisa, ich in Badewanne. Ah, Badewanne. Was für ein Sekretariat? Der Mitarbeiter, der Zimmer putzt. Der Kletzler. Dieselfilme. So, Brice. Basel kann beginnen. Schmerz am Start. Aber Bruder, die sagen alle, geht nicht hin. Die sagen einfach, geht nicht hin, Digga. Weil wir Hubs genommen werden von den Amscher. Überleg mal, wir werden verhaftet mit Hütchen. Hassan Abi mit Handschellen. Nur mal. Bruder, denkst du, wir können filmen? Wir werden filmen auf jeden Fall so und zeigen euch mal, ob wir überhaupt die Möglichkeit haben zu filmen. Niemals, Digga. Wir sind gef***t, ey. Ey, ihr dürft euch dort nicht weit von uns trennen. Nein. Das sind zu viele. Ich hab jetzt schon gemerkt. Weißt du, was ich mein? Ja, Mann. Weil wir haben es nicht unter Kontrolle. Die warten uns nicht rauslassen mit. Die stürmen euch. Die sind gerade irgendwo anders gefahren, extra zu diesen Fans. Ich hab gesagt, fahrt uns direkt zurück. Ja, das stinkt. Es ist zu gefährlich alleine. Die müssen mit euch bleiben. Es ist echt viel zu gefährlich alleine. Guck mal, die Gänge. Ey, Mann. Ich hab da schöne Pusikin drauf, meine Liebe. Hahaha. 3,8,5,5. Ah, 3,8,5, ideal. Ach, sag mir. Ey, was Bescheid. Normal. Ey, Mann. Ey, Mann. Ey, Mann. Ey, Mann. Bruder, wir haben gedacht, wir haben Zürich gef***t. Aber du hast Schweiz seine Mutter genommen, Digga. Die Leute haben gehört, was gestern Zürich abging, Digga. Wir filmen wunderschön. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Scheiße. Wie ist denn das? 300. Locker. Lass doch mal. Scheiße. Ihr habt in Schweiz ge***t. Ich liebe dich. Wie ist das? Wie ist das? Scheiße. Fati. Wie ist das? Ich gehe f***t, Bruder. Oh mein Gott, Digga. Bruder, du hast Schweizer Mutter genommen, Digga. Bruder, komm her. Kein Millimeter. Kein Millimeter entferne. Oh mein Gott, Digga. Ihr habt alles die f***t. Ihr habt alles die f***t. drinking das rein. Woah, shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. езid. Oh mein Gott. Partischen Arten ist komisch. Ich liebe dich, knackig. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das sind llama. He Star. Was ist das? Was ist Hassan? Hassan! Hassan! Gibt es da einen Hinteraufgang im Laden? Nein! Warte, warte, warte! Hey, gibt es da keinen Hinteraufgang? Nein! Okay, die müssen von vorne raus, alles klar! Raus, raus, raus! Raus, raus, raus! Alle raus hier! Hey, ihr wisst bitte! Lauf mal ein bisschen zurück! Da ist kein Platz mehr! Wir haben da jetzt ge***t! Was geht? Es geht! Raus, raus! Raus, raus, raus! Alle raus hier! Hey, ihr wisst bitte zurück! Da ist kein Platz mehr! Ja! 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 Versuch mal einen Gang zu tun! So, und ihr warte langsam! Ein Gang, ein Gang, ein Gang! Ja! Ja! Das ist schlimm, aber es kam gut! Warte! 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 Die haben meinen Kopf hier gef***t. Was habt ihr angestellt, Bruder? Das war bei Leuten. Sonja, da! Wir gehen da hin! Was? Was ist das? Was ist das? Das ist tot! Das ist tot! Das ist tot! Ist das die Mittigstraße? Sonja! Keine Verlust, Sonja! Rosse, 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 Rosse! Ich glaube, wir müssen nicht mehr sagen, was gerade abgeht. Ihr seht schon, wie ich aussehe und wie ich davor aussehe. Ich kann euch ein Bild vielleicht einblenden. Schick mir, ich blende ein. Bei mir auch, auf jeden Fall. Vorher, nachher. Haare ein bisschen wellig deine, aber sonst ist es normal. Haare sind das wichtigste. Guck mal hier, Locken, die hinten glatt. Das hier fängt schon wieder an. Ich wollte noch glatte Haare. Aber glatte stehen dir mehr. Das ist immer so. Würde ich jetzt Locken machen, wir würden sagen, Locken stehen dir mehr. Ist das, weil man das seltener sieht? Ja, Mann, das ist so. Habt ihr gehört, Jungs? Das war zu... ...pervers. Nur mal! Nur mal! Nur mal! Weißt du, was Schlimmste ist? Wo sind die anderen, Alter? Die sind immer noch verglottet. Ich hab doch Stimmen gehört. Du kriegst Schaukan da nie wieder weg. Oh, Bruder, komm, ich mach wild. Sogar Hassan hab ich kaputt, Alter. Ja, Mann. Guck dich mal. Ich glaub, von deinen Hühnern hat ich Schläge bekommen. Boah, Alter. Uppercut, alles. Die sind auf mich gesprungen, diese Leute. Ich hab keine Luft mehr bekommen. Ich hab geschwitzt in diese Menge sogar. Ja. Wolltest du dir was sagen? Nein, ich wollte nur reingucken und meinen Augenbrauch gucken. Guck dein Augenbrauch? Guck mal, mein Gesicht. Ge***t. Sieht gut aus, Moro. Guck mal, hier, guck mal, Concealer ist abgegangen. Was willst du noch? Guck mal, jetzt. Seht ihr, was ich meine? Solche Flecken. Mein Concealer ist gerade. Ich hab gemerkt. Hier, seht ihr das? Woher kommen die Kratzer im Gesicht? Das ist kein Kratzer. Das ist, weil ich... Jemand mich so... Mein Schminke... Ah, okay, okay. Nein. Das ist vom Regen. Bei manchen Schminke, das ist Concealer. Weißt du, der Make-up. Wenn das nicht richtig passende ist, Concealer und Make-up, wird er gemischt. Okay. Und wenn da Wasser drauf kommt und es wird Flecken. Guck bei mir zum Beispiel nichts. Weil ich hab die passende Concealer und Make-up gefunden. Bei mir war es auch immer so. Waren da Flecken. Sonja, das war das Schlauste, was du jemals gesagt hast. Weißt du das? Was? Das jetzt. Das? Ja. Du hast noch nichts so Schlaues gesagt wie jetzt. Nein, es ist doch nicht Schlau. Das ist doch Erfahrung von Schminke, wenn man sich schlankt. Mal kommt Huda aus mit Sonjas Beauty-Palettes. Hallo meine lieben Freunde. Ja, genau so. Wie findest du meinen Hund? Baba. Schöner Plastik. Gib dem mal einen Namen. Bello. Bello Malabello. Was? Huda fühlt sich jetzt Hassanabe. Hassanabe hat bisschen Hunger, sagt die. Wie bald. Und die hat jetzt eine Hand voll reingeschmissen. Maschine. Mach mal Platz, Baby. Habt ihr Hunger? Ja, ich hab Bock auf Thailand. Kung Pao. Das war's A, du warst nicht dabei. Kung Pao? In Kainhausen, wo wir noch losgefahren sind, ja. Da haben die fett so Reis, so diese runde Reis. Ist das ein arabischer Chineser? Nein. Kung Pao. Das ist ein, äh, das ist der Name von diesem Gericht. Alles schmeckt brutal, ich höre. Ich hab's immer mit meiner Mutter gegessen. Echt? Ja, Mann. So, Erinnerungsessen. Kennt ihr das? Ihr isst was so, aha, ihr habt's da und da früher gegessen und so. Hab das hier noch. Ich hab keine Ahnung, wovon die redet, Digga. Ah, kennst nicht, wenn du mit einer besonderen Person und Familie so. Beispielsweise mit deiner Freundin. Okay. Ex-Freundin, ihr habt immer Mozzarella-Pizza gegessen. Okay. Und du isst es aber. Ja, Mann. Das ist nicht mehr deine Freundin. Aber du denkst an die Pizza. Dann denkst du an die? Ja. So, Erinnerung. Nein, ich hab's auch nicht. Ja, nach Coat. Aber Spaß, ich hab's auch nicht, Digga. Und an wen denkst du, wenn du Sucuk mit Ei isst? An, an meine Oma, Junge. Die macht immer Sucuk Ei, äh, Tomaten, mit Zwiebeln, Olivenöl, Pommes. Schmeckt nicht mehr. Was? Steig aus dem Auto aus. Steig aus dem Auto aus. Coat bist du? Wie ist Sucuk mit Ei steig? Steig aus dem Auto aus. Nein. Steig aus jetzt. Hey, Huda. Huda. Bist du Hells Angel geworden? Huda. Elektroangels nimm uns. Huda ist Hells Angel geworden. Was geht, Briss? Sonja. Sonja. Hey, weißt du, wie viele Ibarg da sind? Sonja, fahrt nicht weit weg. Komm mal. Fahrt hinterher. Ey, Merch. Merch. Sonja, fahr mit denen zusammen. Sonja, nicht so weit, Sonja. Zeit. Ey, Essen. Schnell ist keiner irgendwo. Spidi Pied und Spidan. Hey, Sonja, wir müssen gleich abziehen! Heather, lass mich hinten drauf. Ey, wuah, Huda! Und wem ist die Saghada? Jawohl, lass gehen. Wir haben wieder zwei mit einem Eis auseinandergenommen. Das ist das, was du? 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 Normal.